So, herzlich willkommen zum vierten Let's Play. Oh, ich habe gerade den falschen Tag da. Zum vierten Let's Play von Jurassic Park. Ich glaube, wir müssen hier weitergehen, wo ich bin. Dann müssen wir jetzt mal den Bodyguard kurz. Äh, den hab ich. Achso. Allen. Ja. Musst du nehmen. Allen, nicht Ellie. Den da. Genau. Jetzt bist du auf meiner Seite. Und bei der 3 hat das Oster hier gewartet mit der Ladezeit mit der 3 Version. Können wir auch noch gut dran ändern. Da war ja eine schnelle Ladezeit hier. Eine extreme. Ja. Da sollte man nicht unter das mal hängen geblieben. Weißt du, kannst du hier in den Wagen mit einsteigen oder in den anderen? Oder muss... Kannst du... Oder... Wie es aussieht, ist noch der eine hier. Also musst du hier mit rein. Ja. Hier brauchen wir nicht Steuern. Ne. Braucht man nur X drücken. Ja. Hier bei den Dingern... Dann können wir andere Fahrzeuge holen. Ja. Wir haben noch schon eins. Ne, mehr sogar. Der Gabelstapler. Aber nur zwei. Gabelstapler für den Gabelstapler. Und... Kehrmaschine. Wir können aber... Und wir können beide freischalten. Das Geld hätten wir. Aber wir nehmen das nochmal für die Roten auf. Weil ich sage mal, die braucht man ja noch nicht unbedingt die Fahrzeuge. Ich nehme mir erstmal nur den Kerr... Die Kerrmaschine. Weil ich hab nicht immer Lust, hier offline... Ne, hier erstmal zusammen. Da hab ich auch nur eine Sache genommen. Die Kerrmaschine. Und bei offline sammeln muss man da auch packen, dass man nicht alles... Aus Versehen die Trophäe her... Ja, die real Sachen freischaltet. Weil das wollen wir ja noch zeigen, jedenfalls was auf dem Weg ist. Das Spiel doch keine Rolle. Ah, hier. Da. Unsere Presence. Hier gab es einen Felsrutsch. Aber das kann man ja sehen. Nö. Jetzt ledert nicht. Ich auch nicht. er hat so gut verursacht sehr wahrscheinlich ich glaube da muss man aber doch einen der anderen sachen weitergegeben aber du meinst ich glaube wir haben wir müssen hier weitermachen und jetzt sagen wir was was du machen musst die Prozesse das ist so lange du weißt schon dass es hier auch echte Dinosaurier zu sehen oh na klar ist der demnächst der ganze Park ist voller Dinos den haben sie wohl jetzt frisch eingestellt sieht so aus ich glaube wir müssen hier lang ja da kriegen wir auch noch ein da haben wir diesen komisch mit den hier den Kleen hier mit den der Rammfläuche crashen verwende Dino Platten wie diese um Dinos auszuwählen und sie ins Gehege zu holen wir haben da einen ja das Dreihorn das Dreihorn stimmt's ja mit dem müssen wir hier durchkommen eigene Triceratops kann richtige Lego Gegenstände zerstören ich glaube später konnte man die sogar einfärben Kling wir lieben die Nervenkitzel ich glaube wir ersten Dinosaurier stellen oder ob das Fahrrad müsste so wissen sein wenn wir jetzt den grad nicht nachgucken weil die Aufnahme sonst unterbrochen wird das machen wir nicht ach die Missviecher ja die schruggen gerne was ist mit dir los befreie den Typen mal ich habe die Kralle ich muss nur aufpassen dass die in den letzten ich bin der Spieler 1 blöd danke dafür werde ich mich revanchieren Arbeiter in Gefahr doch unten gold weil hier muss man nicht aufpassen dass immer nur Spieler 1 den letzten von dieser Trophäe befreit absenzen dürfen alle oh es regnet ach hast du eben der konnte das Licht hat sich sogar angeboten rotes Steinchen und wir wissen gerade nicht was für einer das ist gerade ich bin mir nicht irre war das der äh dumm glaube ich kann ich dir auch nicht sagen das sehen wir erst mal bei dieser Raptor-Dings äh auf Basis wird raus ja wir haben alles ich gebe jetzt den Dino nach oben der kann keine Leitern drin laufen kann keine Leitern nehmen der Dino aber hier brauchen wir zufällst doch einen die die ich eben gerade kurz gemacht habe ja aber dazu müssen wir sie erst freischalten noch weiter auf den typigen Leiter und einlassen Da hin ja der, ähm, Arbeiter. Ah, hier wird hochgezeigt. Wo ist das dahin? Da ist, oder? Hier. Ah, genau. Hier muss der hin. Mach ich nicht. Na, heute machst du? Wartest du, bis das Wetter besser wird? Da kannst du lange warten in dieser Welt hier. Ja. Na toll, und wir haben keinen... Ja, und hier ist niemand, der gerne da drinnen badet. Ja. Da regnet doch so schon da, oder? Okay. Ah, hier brauchen wir so diese Tesla-Kanone, ne? Der Kreis hier, hier oben. Drehen wir mal so, dass ich es sehen kann. Ach so, da braucht man, äh, ein bestimmtes Ge... Ja, Elektro ist das Gerät, irgendwas war das. Ein bestimmtes Gewehr. Ja. Ich hab keinem lassen, sonst welches. Irgendwann Plasma oder Elektro, irgendwas war's, ja. Und das kriegen wir erst später. Äh, warte, wir müssen mal hier... Hier wird dein, wenn deine Dienste benötigt. Ich kann da nicht aufhören. Ah, du bist draußen schon. Hier so, ah ne, hier ist ein bisschen vor Ort. Boah, das stinkt hier denn da. Was stinkt hier denn so? Na, dann hier bin ich. Ach, der süßig. Kannst du auch gedrückt halten im Kreis. Wenn du bodelst. Press Luft, Kamera. Tschöne wieder. Na, los, komm jetzt rüber durch. Noch nicht gleich so. Oder? Ja, lass mir rennen, ja. Die wollen dich aber nicht reinlassen. Okay, viel Spaß. Ui. Ui. Ah, da war ein Speierbund. Ich will mit. Abwart. Buuuut. das war die karte ich komme wieder zurück fahrer vor dem end aussterben wurde die flosse aus dem megalosaurus zugeordnet erst als exemplare mit einem knochenkamm ausgegraben worden wurde er einer eigenen gattung zugeordnet ich habe die telefone durchgecheckt aber das system kompiliert noch so 18 bis 20 minuten einige unwichtige systeme werden deshalb ausfallen möchte ich immer eine limo oder das und das ist kein gutes zeichen sind die beiden ein junger und ein mädchen das gespürt o ha den weisen nicht so weiß das nicht gut ist 10.000 Volt stelle es ist so alles dort weg damit keine gute idee da wird es auf dem silbertablet serviert werden und der donnerbalken wird es ja zuhört von dem t-rex ja auch wenn man muss anderer grund der hat vorhin die panikattacke gekriegt kuckuck ob die lady schmeckt das mädchen kuckuckuck wenn man das spielzeug umgekript hey da flattert ihnen ja der Hut weg gegen das t-rex äh blablabla so das ist wieder eine komplette Welt müsste eine komplette Welt sein oder ja ist einer so dann machen wir erstmal Pause und sehen uns dann später wieder tschüss